Gut was machen wir am 10. Juli 2021? Wir werden unseren Hibiscus syriacus auf den Schatten in ein 65 Liter fassendes angeblich ohne Löcher, weil wir viel Drainage machen. Mörtelkiste eckig hineingeben. Ausgelobt 65 passen natürlich nicht in ein plus minus fünf Prozent, aber ich habe schon ein Video gemacht, dass das eigentlich Betrug ist. Konsumententauschung, irreführend. Keine 65 Liter passen 55 ein. Anfangen wir mit unseren Hibiscus an. Den haben wir natürlich mit der Hibiscus an. Vorher eingewassert, dass das alles leicht hinausgeht. Und als Grundbuch kommt rein. Unser Perlite. 100 Liter Füllmegen, ganz weich, 95 Prozent Luft. Bargl DS Perlite Dämmschüttung. 100 Prozent natürlich braucht man kein B.O. Perlite kaufen. Der ist ein, dasselbe Maske tragen. Und das kommt jetzt hinein. Fünf Zentimeter. Stauberzogen als Drainage-Schicht. So, mit der Pflanze. Da ist eine Filmmung. Hier ist eine Filmmung. Hier ist eine Filmmung. Da ist eine Filmmung. Hier ist eine Längstfilmung. Na, läuft das nicht vor. Natürlich, eine Filmmung. Die wehren sich. Unten mit. Aber sie haben Fließzuch gemacht. Ja, sie sind rausgekommen. Letzte Kraft. Wir werden wahrscheinlich abbrechen. Aber wir haben ein Stück. Mama Mia. Der ist schon durch Wurzeln. Solle Wäsche. Die Wurzeln dürfen wir nicht zu lange in der Luft lassen. Damit das Ganze schön hinein kommt. Und dann geben wir unser Substrat zuerst hinein. Unsererde mit Perlid und Hund. Uh. Anstich. Da. Es ist keine Corona. Das ist Staubfurt. Perlid. Wirklich Staubfurt. Immer Maske tragen. Maske tragen ist zum Wissen. So. Und jetzt kommt unsere Pflanze. Hinein mit den sieben Stämmen. Müssen wir noch auseinanderhubbeln. Müssen wir doch hier auseinanderhubbeln. Ja, aber der war schon ordentlich angewagt. Allerhöchste Essenbahn, das sich hinauskommt. Die Pflanze. Ui, 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 ui. Her hab ich dir. Oh ja. Der war schon mal weg. Der war schon mal weg. Der war schon mal weg. Ja, der hänger mir ab. Der ist jetzt dran. Größte werden wir mit dem her. Und wir haben wir da eins. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Den hat sich nicht so gut. Der hat sich gut hat. Der ist gut. Der war sicher, weil er ist gut. Da ist die Mitte. Zwei. Da sind die nächsten großen. Drei. Eins, drei. Fünf werden sich da ausgehen. Eins, zwei, drei. Und da ist die zwei, die wir noch... Die zwei nehmen wir noch. Die zwei nehmen wir noch. Hier. Und... Nö. Nö. Da ist die... Ja, da ist die... Die sehen wir noch. Und jetzt betreffe es nicht. Wir machen natürlich noch mehr Substrat. I think we need more Substrat. Nehmen wir den... Den Riesentopf. Den Riesentopf. Wir machen das noch. Wir machen das noch rein. Und jetzt ist es noch eine kleine. Wir machen das noch rein. Ich komme mal rein. Und es wird doch mal reichen von einfach. Und das Substrat. Mit Trudien. Und das ist ja leicht. So sieht das Ganze aus. Und wir haben das geschafft.